Ich würd gern da dran. Au! Nee. Ich will da dran. Voll. Na gut. Hm. Das verkackten Scharfschützen. Ach man, sowas mag ich nicht. Es gibt vieles, was ich nicht so mag. Oh, du bist, äh... Ja, oh Gott, sie lebt gefährlich. Wie krieg ich die jetzt kaputt? Oh. Na? Ei. Wie soll ich mir denn die Scharfschützen vornehmen? Du Schlaumeier, du. Hiermit vielleicht. Das könnte ich machen, aber... Nicht jetzt ruckeln. Nicht jetzt ruckeln. Nicht jetzt. Verfickte Scheiße. Tut mir leid, dass ich jetzt so vulgär werde, aber... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist wirklich dann scheiße. Und wie soll ich das machen? Schau dir... Ach, da unten die Kiste. Ja, klar. Ich hab dir vorher mal mit... Mit rechts geworfen. Ach so. Ja, kein Wunder, dass das nie funktioniert hatte. So. Dann, äh... Welchen denn jetzt noch? Den da hinten, ne? Nein. Na ja. Minor lacerations detectives. Warning. Vital sign. Retail. Yeah! Detected. Emergency. Imidens. Was schießt denn du jetzt? Hör mich, Gordon! Ja, sechs Energie habe ich noch. Damit schaffe ich es aber nicht wirklich weit. Ach, hier kann ich runter. Hm, soll ich speichern oder nicht? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Was ist denn für ein Status? Du Angeber. Wie damn it! Was ist mit damn it? So, jetzt kann ich speichern. Da bin ich vielleicht nicht beim ersten Schuss tot. Vorsicht, Junge! Komm, wir gucken mal gerade, was... Wollte gerade noch gucken, was hier so gebacken ist. Ach, da kam ich von da. Alles klar. So. Und auf geht's. Aber nicht mit Brecheisen. Weißt du, was ich schon alles durchgemacht habe? Und du warnst mich vor Kopfkrabben. Ja. Unglaublicher Typ, oder? Reloads. Kopframmler. Ach, auch noch vulgäre, lustige Sprüche machen. Hm. Ah, es lädt. Das ist kein Ruckler. Es lädt nur. Oh nein, verschlossene Tür und dahinter Geräusche. Das kann schon nichts Gutes sein. tienes ... Oh ... Open fire, Gordon. Hang it off! Wah-h-h-hung. Hi Oh-h-hung. Oh-h-hung. Sorry. Wo kommen die denn plötzlich her? Sehr gut gemacht. Ich lobe mich mal selber. Hier liegen so verführerisch viele Kisten. Ein Bank oder ein Museum oder so etwas wie das. Was auch immer, was es war. Jetzt ist es ein Nexus für Overwatch in City 17. Es ist die Hauptsache für diese Stadt. Dank an einem großen Suppressions-Device. Es regnet in Hölle aus dem Rücken. Okay, ein großer Unterdrücker. Der vom Dach aus alles platt macht. Wer ist denn der große Unterdrücker, der vom... Ui! Hier ist es, der Overwatch-Nexus. Es ist wie, dass sie großartig mobilisiert werden. Du kannst irgendwie die Garten hier sehen. Ich zeige euch, wenn wir auf der Straße kommen. Wir müssen in diesem Geburt, um die Garten zu öffnen. Auch dann wird das Suppressions-Device... ...zupressen, jemanden kommen durch, ...unlässt wir es abzuhören. Ich würde einen Moment nehmen, aber los. Dann gehen wir! Okay. Ich gehe aus dem Weg. Besser als das. Ich habe eine Frage für dich. Wie konnte du es alles wegfassen? Hey, wer ist der Minder? Ein Mann von Wissenschaften, mit der Möglichkeit, ...zupressen, mit der Angst zu schweigen, ...zupressen, mit der Angst zu schweigen, ...zupressen, mit der Wahrheit zu schweigen. Hm, hm. Ach, du Scheiße. Was geht hier ab? Leute, bleibt bloß da. Ich erinnere euch ans letzte Mal. Oh. Ah, 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 ah. Jetzt wird's ernst. Ja, werden wir schon schaffen. Nexus-Building. Das wird dann das Nexus-Building. Sein, oder wie? Was war denn das jetzt? Hä? Ich glaub, wir rennen mal. Ach, da kann ich nicht durch. Gut. Uieieiei. Uieieieiei. You're not gonna hurt that thing from down here, Gordon, 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 Gordon. Wir wollen, 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 wir wollen. Ja, ja, ja. Daraus mach ich ein Remix. Ein Glied. Das sind Zwillinge übrigens, da rechts. Seht ihr das? Ach, halt doch's Maul. Ach! Ich geh dir aus dem Weg, sagt sie. Schieß doch! Ja, ich hab schon mal Platz gemacht, vielen Dank, ne? Was habt ihr denn da hingelegt? Oh no. Muss ich das kaputt machen? Ich muss hier doch irgendwas machen, oder? Was soll ich tun? Ach, hier. So, wir nähern uns wirklich beständig dem Ende des Spiels. Bin ich mir ziemlich sicher. Lauf! Lauf! Toll. Jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt. Weil meine Freunde so unglaublich schlau sind. Ach, Mist. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Let's uns aus hier! Prisoners. Let's them out, Gordon. We can use their help. Prisoners, we can use them. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. This'll do nicely. Please. So, der Lehm, hm. F6C und öffnen. Let's open the goddamn fucking door. Und mal auf, Freunde. Schmerz! Mich hat Sticker erwischt. Oder war's das jetzt? Warum ist denn hier keine Eingangstür? Ist das nicht das Nexus-Gebäude? Anscheinend nicht. Hab ich mich wohl vertan. Was? Ich bin der Lehm! Ich bin der Lehm, ja. Es ist das, ich bin der Lehm! Und die Lehm? Ja ist es. Ich bin der Lehm!